ja hallo hier spricht heidi seiwold hallo zusammen mein name ist heidi seiwold und ich möchte heute über evidenz sprechen und was evidenz mit reproduzierbarkeit und open science zu tun hat was bedeutet eigentlich evidenz oder evidenzbasiertes arbeiten im deutschen ist es tatsächlich relativ kompliziert weil der ursprüngliche begriff das gegenteil bedeutet von dem was wir heute meinen wenn wir evidenz basiert sagen also ursprünglich bedeutet evidenz erkenntnis aufgrund von klarer erkennbarkeit also das bedeutet ich kann direkt sehen das ist evident ich brauche das nicht formal zu überprüfen und was wir heute damit meinen ist wenn wir von evidenz basierten arbeit arbeiten sprechen sprechen wir von empirischen untersuchungen also im prinzip genau das gegenteil also im ursprünglichen sinne muss man kein keine genaue untersuchung machen weil es ist ja schon klar heute meinen wir wenn wir evidenz basiert sagen dass es gestützt ist durch empirische untersuchungen und ich wenn ich heute von evidenz basierten arbeiten sprechen meine ich den neuen begriff der sozusagen aus dem englischen auch ein bisschen kommt gestützt durch empirische forschung heute möchte ich über zwei themen sprechen die über evidenz basiertes arbeiten gehen einmal die evidenz basierten daten wissenschaften und dann die evidenz basierten sozialwissenschaften weil das ja das thema des workshops hier auch ist da die sozialwissenschaften die daten wissenschaften als tool für evidenz basiertes arbeiten nutzen ist für mich klar dass die daten wissenschaften auch selbst evidenz basiert gestaltet sein müssen deshalb fangen wir mit den daten wissenschaften hier an die zwei personen hier auf der folie stehen für die daten wissenschaftler und wissenschaftler innen von morgen und zeigen wie es richtig geht die damen links entwickelt neue statistische methoden und machine learning methoden der herr rechts ist angewandter statistiker und führt auswertungen in sozialwissenschaftlichen projekten durch und berät sozialwissenschaftler innen bei der datenauswertung wie sieht evidenz basierte daten wissenschaft aus ja schauen wir uns doch mal an wenn wir uns überlegen wir sehen jetzt mal evidenz basierte daten wissenschaft als eine wissenschaft wie zum beispiel die medizin in der medizin interessieren wir uns dafür welches medikament wir einem patienten geben sollen vergleichbar eine vergleichbare frage in den daten wissenschaften ist zum beispiel welches modell sollen wir für einen datensatz benutzen und da könnte man jetzt genauso evidenz basiert rangehen wie wir das in der medizin machen würden das problem ist wir machen das nicht also zum beispiel ist eine sache die wir in der medizin ganz viel sehen aber in den daten wissenschaften eigentlich gar nicht präregistrierung also präregistrierung bedeutet wenn man so eine studie macht bei der man schauen möchte welches medikament gut funktioniert dann wird dann in der regel eine randomisierte klinische studie ausgearbeitet und die muss präregistriert werden das heißt man muss vorher sagen was wird gemacht werden in den daten wissenschaften machen wir das eigentlich gar nicht da kennen wir das konzept eigentlich noch gar nicht und das ist eigentlich was ich sehr interessant finde und wo ich denke dass wir auch noch viel neues lernen können als daten wissenschaften von der medizin oder von anderen fächern wie zum beispiel der psychologie wo das auch ganz viel mittlerweile gemacht wird eine andere sache die viele felder machen als höchste stufe der evidenz sozusagen als goldstandard der evidenz ist meta-analysen was sind meta-analysen das bedeutet man schaut sich in einer studie viele studien an die schon gemacht wurden und führt die ergebnisse dieser vielen studien dann zusammen in ein ja in eine große studie und das ist dann natürlich noch klarer evidenzbasiert als die einzelstudien und ist sozusagen das das tollste was wir was wir sozusagen kennen das ist auch was was wir in den feldern statistik und machine learning data science gar nicht sehen sind meta-analysen einfach weil wir auch gar nicht so klare unabhängige substudien haben also es fängt ja schon damit an dass wir eigentlich gar keine unabhängigen studien machen bei denen verschiedene modelle angeschaut werden wie gut sie für bestimmte datensätze funktionieren wie wir das aus der medizin kennen also in der regel machen wir ja nur kleiner studien die zu methodenpapern gehören wo wir eine neue methode vorstellen und die dann mit anderen methoden vergleichen aber dies natürlich alles andere als unabhängig und dann ist nicht klar wie man da eine meta-analyse machen soll wollen ja des weiteren können wir uns natürlich auch so ein bisschen fragen wie funktioniert evidenzbasiertes arbeiten wenn man sich die evidenz gar nicht so genau anschauen kann also wenn wir jetzt überlegen okay was müsste zusätzlich zu den sachen die ich vorher schon genannt habe eine methodische statistikerin oder datenwissenschaftlerin machen um ihre ergebnisse der allgemeinheit zur verfügung zu stellen und somit denen die möglichkeit zu geben evidenzbasiert zu arbeiten natürlich müssten die methoden und die software offentlich öffentlich verfügbar sein das ist natürlich ein ganz klare voraussetzung um entscheiden zu können ob das jetzt was ist was man benutzen möchte dann müsste man auch am besten software so integrieren dass sie einfach nutzbar ist zum beispiel als teil von einem bestehenden ekosystem also was ja viele in der statistik und machine learning machen ist pakete zu schreiben zum beispiel python oder air pakete das ist was womit viele leute umgehen können und was natürlich ein tolles ekosystem ist des weiteren ist es natürlich nicht nur nützlich die software einmal irgendwo auf einer webseite zu laden und dann da vergammeln zu lassen sondern es ist wichtig dass die software dann auch langfristig bestehen bleibt weil natürlich sonst die irgendwann nicht mehr nutzbar ist und das glaubt man vielleicht nicht wenn man noch nie software geschrieben hat aber bei mir ist es tatsächlich so dass jedes paket das ich online auf kran habe also auf der eher ekosystem plattform muss ich ungefähr also wenn ich sonst nichts ändere muss ich sie mindestens einmal im jahr in die hand nehmen und sachen updaten weil sich andere sachen verändert haben auf die meine software aufbaut und als nächstes müssen wir natürlich auch uns überlegen okay wie sieht gute software aus wie kann man software wirklich gut nutzbar machen für andere und da fängt es schon bei skripten an natürlich das muss in dem zustand sein dass es andere auch verstehen können was da passiert also kommentare und so weiter gute organisation verständlichkeit ist da natürlich sehr nutzlich ja dann gehe ich mal zum nächsten punkt weiter evidenzbasierte sozialwissenschaften ist jetzt natürlich nicht mein kerngebiet aber wenn wir uns mal anschauen was wäre denn die aufgabe eines datenwissenschaftlers oder einer datenwissenschaftlerin in diesem gebiet was müsste so jemand machen um evidenzbasiertes wissenschaftlichen arbeiten in den sozialwissenschaften zu ermöglichen das schauen wir uns jetzt mal an also zum ersten möchte ich gerne darauf hinweisen dass in meinen augen ganz ganz wichtig ist zwischen explorativen und konfirmatorischen studien zu unterscheiden also explorative studien sind studien bei denen man noch nicht so genau weiß was man eigentlich ja zeigen möchte wo man einfach ein bisschen explorieren würde man das bild das ich hier im kopf habe ist immer die die forscherin die in den dschungel geht und neue schmetterlinge findet konfirmatorische studien sind studien bei denen man klare hypothesen hat wo es darum geht dann auch zu zeigen zum beispiel solche dinge wie dieses diese behandlung funktioniert gut bei dieser krankheit das sind dann konfirmatorische studien und da geht es um unterschiedliche dinge die ich denke die wichtig sind und sozusagen die der die mittlere box hier gilt für beides und die linke box gilt hauptsächlich für explorative studien und die rechte box hauptsächlich für konfirmatorische studien also fangen wir mal mit den explorativen studien an hier ist es natürlich trotzdem wichtig am ende zu sagen nicht nur zu sagen okay ich habe jetzt hier diese analysen gemacht und habe diese hübschen plots und diese hübschen modelle hier gebaut und finde jetzt interessante sachen heraus sondern ich möchte dann auch zumindest darauf hinweisen wie man diese ergebnisse validieren kann und dann im nächsten schritt die zu validieren im besten fall hat man natürlich einen validierungs datensatz und kann es direkt machen des weiteren ist für sowohl explorative als auch künftirmatorische studien wichtig dass man sich dessen bewusst macht dass man als angewandte statistiker oder statistikerin natürlich viele viele möglichkeiten hat die gleiche frage zu beantworten oder die gleiche analyse zu machen also das nennt man researcher degrees of freedom dass wir einfach viele verschiedene möglichkeiten haben die gleiche frage zu beantworten und dessen sollten wir uns bewusst machen und es gibt auch mittlerweile mehr und mehr studien wie sowas offiziell machen wie sozusagen sagen okay wir setzen jetzt verschiedene leute dran und die verschiedenen leute sollen mal versuchen die gleiche frage zu beantworten und wenn das ergebnis bei allen im endeffekt das gleiche ist dann ist es natürlich sehr viel mehr aussagekräftig als wenn die aussagen am ende unterschiedlich werden wichtig ist bei beiden auch dass man noch mal zumindest eine unabhängige person bittet die haupt ergebnisse zu reproduzieren das kann jemand aus dem eigenen forschungsteam sein am besten natürlich eine komplett unabhängige person wobei ich natürlich weiß dass es nicht immer ganz so einfach ist gerade wenn man unter zeitdruck steht bei konfirmatorischen studien würde man im besten fall natürlich vor der hauptanalyse anfangen sample size und power calculations zu machen also dass man vorher überlegt okay wie viele beobachtungen brauchen wir eigentlich um diese aussage überprüfen zu können dann ein analyseplan zu schreiben also nochmal stichwort präregistrierung hier und dass man natürlich die angemessene angemessene inferenz methoden benutzt um diese frage diese hypothese die man hat zu beantworten wenn wir jetzt uns noch mal um den code kümmern ist in meinen augen extrem wichtig versionskontrolle zu benutzen einfach damit man nachvollziehen kann was ist tatsächlich passiert und auch aus eigener sicht möchte ich persönlich nicht mehr ohne versionskontrolle arbeiten weil bei mir ist tatsächlich mittlerweile so wenn mein computer heute explodiert dann setze ich morgen neun auf und es ist kein drama das ist natürlich total schön aber man kann über versionskontrolle natürlich auch so dinge wie reproduzierbarkeit viel besser nachvollziehen ich persönlich plädiere auch dafür open source software zu benutzen weil einfach das für alle zugänglich ist und nochmal wenn wir über evidenz sprechen geht es ja darum dass die personen außerhalb evidenz nur einschätzen können wenn sie wirklich zugang zu den skripten haben und zu den details von studien die man braucht um das einschätzen zu können ein punkt der mir auch immer ganz wichtig ist gerade wenn es so um evidenz und reproduzierbarkeit geht ist wir können nur dann wirklich nachvollziehen was jemand anders gemacht hat wenn die wenn das projekt gut organisiert ist also wenn zum beispiel ordner namen klar und einfach zu verstehen sind wenn klar ist in welchem skript welche dinge passieren und es hat einfach ganz viel mit organisationen sozusagen zu tun das ist ein punkt der mir ganz wichtig ist und einer der den man auch relativ leicht umsetzen kann wo man sagt okay mir wir müssen einfach die ja die ordner und variablen namen und so weiter verständlich machen natürlich arbeiten wir datenwissenschaftler innen auch immer mit projektpartnern zusammen also zum beispiel mit den sozialwissenschaften und wir können natürlich auch viel einfluss nehmen auf die dinge die die personen tun die sozusagen die angewandte wissenschaft machen und da können wir forderungen stellen oder zumindest vorschläge machen was die tun können und da gehört für mich auch noch mal präregistrierung zu einem der tollen lösungen von vielen problemen die wir haben in der wissenschaft auch so was wie standardisierung und dokumentation von messgeräten ist natürlich etwas was der evidenz extrem hilft auch wenn man dann später darüber nachdenkt ja wenn man auch wieder meta-analysen machen will und so weiter damit einfach klar ist was wirklich passiert ist offene daten oder fair data findable accessible interoperable and reusable data wir können da vielleicht später in der diskussion noch mal darauf eingehen was das genau bedeutet aber im prinzip dass die daten zugänglich und nutzbar sind für andere das sind natürlich dinge die man zusammen mit den angewandten wissenschaften diskutieren sollte und dann auch so dinge wie multiple wie sagt man auf deutsch multiple lines of evidence in englisch also dass man verschiedene evidenzstränge sich anschaut nicht nur auf der analyse seite sondern dass man auch in den in der datengenerierung verschiedene ja evidenzstränge sich anschaut und wenn alle evidenzstränge auf das gleiche ergebnis kommen dann kann man relativ sicher sein dass das was man gefunden hat auch wirklich interessant ist genau ich hoffe dass das für alle verständlich einigermaßen und interessant war wir können jetzt in der diskussion noch weiter darauf eingehen was mit den einzelnen punkten gemeint ist es war jetzt natürlich alles ein bisschen schnell aber ich freue mich auf die diskussion und ja vielen dank fürs zuhören und ich bin gespannt auf dass das jetzt kommt